So, Bild Nummer 2 für heute. Das erste ist fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Fangen wir mal an mit dem Vorzug hier. Das weh. Dann nehmen wir uns dann schönes Blau. Jetzt fängt es immer ein bisschen an zum Niedeln hier. Nehmen wir den Ton hier für die Outline von dem i. Das ist ein Warrer. Das ist ein Warrer. Wow. Cool man. danke etan moko fürs chrom fette sache richtig nice danke danke klassische rote outlines so das b machen wir grün schönes grün hier noch am stark sollte reichen so ganz reutig gott ordentlich regnet und so 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 jetzt ist es noch einmal im zweiten bild merkt man es so gerade mit dem regen hat es nicht besser gemacht jetzt hindurch jetzt hindurch so hotline ein cap hier jetzt sehr rutschig vorsichtig vorsichtig und diese schöne farbe hier so 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 Was ist das? 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 So, Bild 2 ist fertig. Die anderen springen immer noch. So, im Sticker-Style. Ich hoffe, das gefällt euch. Lasst ein Like da und ein Click und so weiter. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.